Hallo, ich begrüße Sie im Namen meines Teams, im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Namen meiner studentischen Hilfskräfte und meiner Tutoren. Ziel meiner Ausführungen ist es, Ihnen in der Folge Wege aufzuzeigen, wie die, ich will es mal so sagen, in einem erbärmlichen Zustand befindliche Hochschullehre, die ein ziemlich kranker Patient ist und da beziehe ich mich auf mein Buch Patient Hochschullehre, wie diese Hochschullehre mit Digitalisierungsmaßnahmen in großen Bereichen kuriert werden kann. Um das zu schaffen, habe ich folgende Gliederung vorgesehen. Ich werde zunächst anhand der Publikationen, die ich vorbereite, Handbuch Hochschullehre digital, anhand meines Buchs Patient Hochschullehre und schließlich noch auf der Basis der Tagungsbände zum Inverted Classroom Model, werde ich Ihnen die Ausgangslage schildern, werde Ihnen dann versuchen mitzuteilen, was ich überhaupt unter Digitalisierung verstehe, werde einige wichtige Voraussetzungen schildern, mich mit Videoformaten auseinandersetzen und Ihnen schließlich die Konsequenzen dieser Entwicklung versuchen näher zu bringen. Ich beginne mit einigen, mit zwei, um genau zu sein, zentralen Thesen. Und die erste davon ist mittlerweile kaum noch eine These, sondern sie ist eigentlich fast nur noch eine Feststellung. Digitalisierung ist zum Alltag geworden. Ist das wirklich noch eine These oder nicht einfach? Allgemeingut. Unsere Zielgruppe, die ist allemal digitalisiert. Wir haben heute Studierende, die man in den Bereichen Digital Natives einordnet, was immer man auch von dem Begriff selbst hält. Wir wissen, was gemeint ist, eine extrem hohe Medienbedienkompetenz. Ob es eine Medienkompetenz ist, sei einmal dahingestellt. Und hier sehen Sie Bilder, wie unsere Studierenden heute lernen. Sie sitzen am Computer, nutzen ihr Smartphone, sie nutzen ihr Tablet in Kombination mit einem Computer. All dies sind Szenarien, die heute Standard sind. Ja und der Alltag selbst. Im Alltag wissen wir nur allzu genau, dass wir mittlerweile ja den stationären Handel, hier Karstadt mal exemplarisch, mittlerweile durch Amazon ja abgelöst, nahezu abgelöst haben. Also der stationäre Handel wird zum Internethandel. Die zettelkastenbasierte Recherche, nun die führt kaum einer von uns noch nicht noch durch. Wir haben uns mittlerweile klar zur Internetrecherche bekannt. Mit anderen Worten, der Digitalisierung ist zum Alltag geworden, nur im Bereich der Lehre. Im Bereich der Lehre da, und das muss man sagen, und ich beziehe mich immer wieder auf das Zitat der Präsidentin der Harvard University, Shirley Tilgman, die 2013 gesagt hat, würde man den Präsidenten der Vereinigten Staaten von 1913 in einen heutigen Hörsaal schicken, er würde überhaupt keinen Unterschied feststellen, bis auf einen. Powerpoint. Aber das, meine Damen und Herren, das kann ja wohl nicht die Innovation der Lehre sein. Und so komme ich sehr schnell zu meiner zweiten These. Die These, in der ich behaupte, dass die Digitalisierung sehr viele Probleme der Hochschullehre löst. Man hört immer, die Hochschullehre soll weiter verbessert werden, die hohe Qualität muss erhalten werden. Ich meine, das Gegenteil ist der Fall. Die Hochschullehre muss erst einmal gut werden und dazu muss sie erst einmal ihre zahlreichen Probleme lösen. Und dazu, so mein Ansatz, hilft uns die Digitalisierung. Doch was sind das für Probleme? Hier sehen Sie einige Probleme aus meinem Buch illustriert. Langweilige Lehrveranstaltungen, ermüdende Vorträge, die oft über textlastige PowerPoint-Folien vorgetragen werden, wo das Zuhören zu einem Folien runterzählen verkommt. Oder die Nutzung von PowerPoint, was ja nichts anderes ist als die Realisierung alter Transparenzfolien und letztlich des Tafelanschriebs. Die schlechte Medien, und nun muss ich sehr genau sein, die sehr schlechte Medienbedienkompetenz von vielen Kolleginnen und Kollegen. Ja, und dann hier ein besonderes Problem dargestellt durch Fußball, Volleyball, Handball und so weiter. Das Zielgruppenproblem, das uns immer wieder in der Hochschullehre beschäftigt. Hier sehen Sie die Probleme nochmal in verschriftlichter Form. Qualitätssicherung und Transparenz. Es ist unbestritten, dass die heutige Hochschullehre in hohem Maße intransparent ist, dass die Qualität, die inhaltliche Qualität nicht und wenn dann nur von Einzelnen gesichert wird. Quantitätssicherung ist ein sehr interessanter Begriff. Er bezieht sich auf die Tatsache, dass von angenommen mal 15 Semesterwochen und 15 dann verfügbaren Lerneinheiten ein Großteil gar nicht für die inhaltliche, für inhaltliche Aspekte verwendet wird, sondern für etwas ganz anderes, für organisatorische Aspekte. Oder berechnen Sie einfach nur mal, wie viel Zeit vertan wird mit dem Ein- und Ausschalten von Technik, mit dem An-, der Nutzung von Technik oder der Korrektur von technischen Fehlern. Wenn Sie das alles zusammenrechnen, dann kommen Sie auf einen Wert, der weit unter diesen 15 Semesterwochen liegt. Redundanz, es muss gefragt werden, muss die gleiche Vorlesung an verschiedenen universitären Standorten immer zur gleichen Zeit im gleichen Semester immer wieder gehalten werden oder reicht da nicht eine viel kleinere Zahl? Skalierbarkeit, ein Problem, wo Sie letztlich daran scheitern, Ihre Lehrveranstaltungen nun unabhängig von der Teilnehmerzahl zu gestalten. Sie können sie nicht skalieren, Sie können nur bei kleinen Teilnehmerzahlen eventuell arbeiten, bei großen kommen Sie in große Probleme. Nachhaltigkeit der Materialien, ein Riesenproblem und schließlich die Zielgruppen bzw. Adaptivität, ein Thema, was uns heute sehr stark beschäftigt. Und dann haben wir natürlich noch das Missverhältnis von Lehre und Forschung. Wir alle wissen, dass die gängige Währung auf dem Markt der Reputation von Hochschullehrern natürlich die Forschung ist und nicht die Lehre. Und das spiegelt sich dann auch wieder in den Zeitkontingenten, auf die ich gleich komme. Vorher muss ich aber ein Problem noch erwähnen, das kann man nicht unerwähnt lassen. Wir Hochschullehrer sind schlicht und einfach nicht systematisch für die Hochschullehrer ausgebildet. Und das ist ein Problem, das uns noch lange beschäftigen wird. Ja, schauen wir uns die Zeitkontingente an, wenn man sich dann mal anschaut, wie viel Zeit denn für die Lehre tatsächlich zur Verfügung steht. Das ist eine bekannte Studie, die ich in meinem Buch Patient Hochschullehrer herangezogen habe, die eben sagt, dass auf der Basis, und hier wurden mehr als mehrere tausend Professoren befragt, es sind also subjektive Einschätzungen, und die haben gesagt, auf der Basis einer gefühlten 56-Stunden-Woche kann ich ganze 26 Prozent für die Lehre aufwenden. Und das reicht natürlich nicht aus, um eine vernünftige Lehre durchzuführen. Noch schlimmer wäre es bei einer 41-Stunden-Woche, aber so weit wollen wir gar nicht gehen, dass wir sagen, man arbeitet tatsächlich nur so wenig, beziehungsweise so sehr nach Vorschrift innerhalb einer Woche. Also mit anderen Worten, wir haben Probleme in der Hochschullehre, und mein Ansatz ist es, dass wir diese Probleme lösen können, durch eine weitreichende Digitalisierung, und dass wir damit die Hochschullehre nun wirklich verbessern können. Und damit bin ich beim nächsten Punkt, nämlich der Beantwortung der Frage, was verstehe ich eigentlich unter Digitalisierung? Nun, Digitalisierung der Lehre ist nicht die Digitalisierung von flankierenden Maßnahmen, von Begleitskripts, von Begleitmaterialien. Die liegen längst in digitaler Form vor. Es ist auch nicht die Nutzung anderer Präsentationsformate, PowerPoint, Prezi, HTML, was es immer da auch gibt. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir nun neue Prüfungsformate, sogenannte E-Klausuren einsetzen. Das heißt nicht Digitalisierung. Digitalisierung heißt vielmehr, dass wir die zentralen Elemente der Lehre, die Inhalte und die Szenarien und die Verfahren zur Inhaltserschließung und Inhaltsvermittlung, dass wir die digitalisieren, um somit völlig neue Lehrformate zu entwickeln, die auch neue Didaktiken erfordern. Die Frage ist, wie kann man das bewerkstelligen? Könnten wir die Digitalisierung zum Beispiel durch Textmaterialien bewerkstelligen, wie man hier drüben sieht? Textmaterialien. Wir nehmen Lehrbücher, überführen diese in digitale Formate und geben sie unseren Studierenden zum Lesen und hoffen dann, dass sie damit lernen können. Wir alle wissen, dass das nicht gut klappt. Die Studierenden durchdringen die Texte nicht. Die Studierenden haben Probleme, Texte zu verstehen und kommen dann schlecht vorbereitet in die Lehre. Das ist ein klassischer Fall. Wir alle kennen diese Szenarien. Also Texte allein, das funktioniert nicht. Nehmen wir mal Audiodaten, die sogenannten Podcasts. Das wäre doch eine Option, Podcasts zu entwickeln. Die können durchaus auch didaktisiert sein. Wir fügen Fragen ein, wir laden zum Lesen zwischendurch ein. Doch auch das, das haben Studien ergeben, funktioniert nicht. Hier fehlt der visuelle Kanal. Es ist extrem langweilig, eine 90-minütige Podcast-Vorlesung sich anzuhören. Der Effekt wird eher gering sein. Es kann sich ganz gut eignen für die Nachbereitung. Nur eine neue Didaktik ergibt sich daraus auch nicht. Was könnte es noch sein? Multimedia. Die Krone der Entwicklung, viele Mediendidaktiker sagen das ja in ihren verschiedenen Publikationen. Die Krone des Ganzen ist Multimedia. Aber hier weiß man seit vielen Jahren, dass die Entwicklung multimedialer Lehr- und Lernelemente extrem aufwendig ist. Ich habe am Anfang mein Team in meine Begrüßung mit einbezogen und ich kann Ihnen nur sagen, dass das, was wir über die Jahre gemacht haben, und Sie sehen hier einen Ausschnitt aus einer Virtual Session im Virtual Linguistics Campus, dass das jahrelange Arbeit erfordert mit einem sehr großen Team, mit vielen Experten im Bereich Audio, Video, Programmierung, Webentwicklung, Textentwicklung und natürlich auch den wissenschaftlichen Inhalten. Wenn man nicht eine entsprechende Konstellation aufweist, dann kann man multimediale Lerninhalte nur unter ganz schwierigen Bedingungen erzeugen und es ist auch extrem kostenaufwendig. Was bleibt? Nun, was bleibt sind Lehrvideos. Aber Vorsicht! Videos allein sind problematisch. Ich habe hier ganz bewusst dreimal das Pluszeichen eingefügt, um jetzt schon zu sagen, Videos allein genügen nicht. Da muss noch mehr dazukommen und zwar dreimal Plus. Um nun Videos in der Lehre einzusetzen, bedarf es einiger Voraussetzungen und über diese Voraussetzungen möchte ich nun als nächstes sprechen. Zentral für diese Voraussetzung ist dabei meine dritte These, die ich im Buch Handbuch Hochschullehre digital, das zurzeit in Planung ist und hoffentlich im Februar dann auf den Markt kommt, Februar 2015. Eine These, die dort die zentrale Aussage bildet. Didactics must drive technology und nicht andersrum. Ich habe das englische Zitat so gelassen, man hat es immer wieder von englischen Medienpädagogen, von amerikanischen und englisch, also englischsprachigen Medienpädagogen gehört. Diese These beziehungsweise diese Forderung, die wurde bisher flächendeckend missachtet. Schauen wir uns mal einige Beispiele an. Hier sehen Sie ganz interessant eine sogenannte Tag Cloud, die ich mal aus dem Artikel der Darstellung meiner eigenen Universität aus ihrer Darstellung im Handbuch E-Learning des Jahres 2015 im Land Hessen so gefunden habe. Dort wurde ein Artikel über die Leistung meiner eigenen Universität geschrieben und wenn man dort mal die Substantive und Verben, also die Inhalt tragenden Wörter und Adjektive auf ihre Stämme zurückführt, das kann man ja als Linguist mit ganz guten Verfahren machen, und dann eine Tag Cloud von den Begriffen erstellt, die mindestens zweimal auftauchen, dann kommt man zu diesem Ergebnis. Und versuchen Sie mal herauszufinden, ob da das Wort Lehren, Lernen oder Didaktik oder ähnliche Begriffe drin vorkommt. Was wir dort sehen, sind technische Begriffe, Lernplattformen, E-Klausur, Server, Begriffe, die eindeutig sagen, die Technik steht im Vordergrund und nicht die Didaktik. Oder nehmen Sie diese Beispiele, E-Klausuren als große Projekte gefeiert, nur eine neue Didaktik bringen E-Klausuren nicht. Im Gegenteil, viele E-Klausuren, und wir selbst können uns da auch nicht von freisprechen, sind Multiple-Choice-Übungen. Und Multiple-Choice, so wie hier im Virtual Linguistics Campus eingesetzt, glücklicherweise gehen die bei uns immer mehr zurück. Multiple-Choice-Übungen können nun natürlich nicht die Basis für vernünftige Prüfungen, gerade in den Geisteswissenschaften, sein. Sehr schön, auch dieses Bild hier drüben, das habe ich gefunden in einem unserer Hörsäle, wo man doch tatsächlich jetzt das Videokabel mit einem Audiokabel gekoppelt hat, um dort wunderbarerweise nur noch ein Kabel zur Verfügung zu stellen. Leider ist das Audiokabel oft zu kurz. Und wenn Sie Audiobuchse und VGA-Adapter an Ihrem Subcomputer, an Ihrem Präsentationscomputer an verschiedenen Seiten haben, haben Sie keine Chance, den Ton auch noch abzuspielen. Ein Verlängerungskabel muss her. Aber hier hat man nicht nachgedacht, man hat die Technik einfach in den Vordergrund gestellt und gar nicht daran gedacht, dass Audio doch für viele Fächer extrem wichtig ist. Oder nehmen Sie Laptop-Klassen. Hier die gute alte Laptop-Schulklasse. Wir alle wissen, dass das ein großer Fehlschlag war. Hier wurden Laptops angeschafft, ohne zu wissen, was man damit tun möchte. Ich befürchte, dass ähnliches in den iPad- oder Tablet-Klassen auch passiert, dass man erst mal von dieser Technik überwältigt ist und erst dann versucht, Konzepte zu entwickeln, wofür man die Dinge überhaupt gebrauchen kann. Also auch hier wieder Technology Drives Didactics. Und schließlich noch das Thema Massive Open Online Courses, MOOCs. Wir wissen mittlerweile, dass viele MOOCs, die im internationalen Kontext mit ihren geringen Abschlussraten von unter fünf Prozent mit ihren hohen Dropout Rates, dass diese MOOCs schlicht und einfach Fehlschläge waren. We have a lousy product, hat Sebastian Thron im Jahr 2013 gesagt. Einer der ersten Entwickler solcher MOOCs. Nun, es war klar, dass das Produkt nicht toll sein konnte, wenn man nur ein paar Videos hat und Multiple-Choice-Übungen. Und wenn man keine Erfahrung in der Online-Lehre hat, viel besser wäre es gewesen, man hätte erst einmal überlegt, wie Online-Lehre vernünftig gestaltet werden kann, hätte dann die entsprechenden technischen Grundlagen gelegt. Ich habe hier mal zwei Beispiele, nein, es sind sogar mehr Beispiele, wie die Didaktik die Technologie beeinflussen kann. Hier im ersten Teil finden Sie eine VLC-Übung auf dem Virtual Linguistics Campus. Eine Klausur, einen Test, in dem nun die Didaktik neue Testformen erzeugt hat. Hier haben wir eine phonetische Transkriptionsübung, Sie können das gar nicht hören an dieser Stelle, mit Audio-Unterstützung. Eine neue Testform, die ohne Technologie gar nicht möglich wäre. Oder nehmen Sie die Student Response Systems, die nun nicht einfach dafür eingesetzt werden, weil man sie hat, sondern die eingesetzt werden in unserem Fall als formative Maßnahmen für die Präsenzphase, in dem nämlich gefragt wird, ob gewisse Inhalte verstanden wurden oder nicht und danach die Präsenzphase entsprechend ausgerichtet wird. Also ein Einsatz, wo die Didaktik jetzt die Technologie notwendig macht. Oder schließlich hier ein Thema aus dem Bereich Linguistik, wo wir es geschafft haben, mit einer YouTube-Playlist Inhalte in einer Form zusammenzufassen, wie das vorher nie möglich war. Wir haben eine neue Form entwickelt, die wir brauchten, um zum Beispiel syntaktische Strukturen sehr effizient zu präsentieren. Und so schaffen wir es, letztlich in 68 Minuten, hier war der Wert, 68 Minuten einen Inhalt zu präsentieren, für den wir sonst Wochen gebraucht hätten. Dennoch, es ist immer noch Vorsicht geboten und daher benötigen wir noch eine weitere These. Und diese weitere These, die heißt, Learning is not just Video. Videos allein, und das haben, ich habe es ja schon gesagt, die MOOC-Entwickler oft verkannt, Videos allein eignen sich nicht zum Lernen. Wir brauchen flankierende Maßnahmen. Wir brauchen Maßnahmen wie zum Beispiel interaktive Übungsaufgaben, wir brauchen, also die digitalisierten Inhalte allein reichen nicht. Wir brauchen Übungsaufgaben. Wir brauchen Aufgaben, bei denen wir mittlerweile in den Bereich Adaptivität vorstoßen, das heißt an den Lernstand angepasste Übungsmaterialien. Wir brauchen formative elektronische Assessments, die über Multiple Choice hinausgehen. Und wir brauchen zahlreiche weitere flankierende Elemente, wozu übrigens auch Fachliteratur gehört. Viele vergessen, dass unsere Studierenden sollen auch noch lesen. Mit diesen vier Thesen ... Na, da sind sie. Digitalisierung ist zum Alltag geworden. Digitalisierung verbessert die Lehre oder löst viele Probleme der Lehre. Didactics must drive technology and learning is not just Video. Mit diesen vier Thesen ist nun ein Programm möglich, das bei uns, das uns bei der Digitalisierung der Lehre behilfreich sein kann. Die Frage ist, woher bekomme ich überhaupt meine Videos und welche Videoformate sind hilfreich? Nun, zwei Videoformate sind eher nicht hilfreich. Das sind die Videos, die im Classroom-Setting erfolgt, aufgenommen wurden, also Videos vor Publikum im Hörsaal. Die haben sich nicht nur aufgrund ihrer Länge, sondern auch aufgrund ihrer Produktionsart mittlerweile als ziemlich ineffizient erwiesen. Also mit anderen Worten, diese Art von Videos, so wie das oft auf Konferenzen ja erzeugt wird, wo es einen Sinn macht, weil da ja viele sehen wollen und wie was in der Konferenz gelaufen ist und gar nicht persönlich anwesend sein konnten. Für die normale Lehre machen solche Videos keinen Sinn. Sie erzielen auch keine neue Didaktik. Sie werden niemals als Vorbereitung oder Ersatz der alten Präsenzphase dienen, sondern immer nur zur Nachbereitung. Also die Didaktik ändert sich nicht dadurch. Nun könnte man auf die Idee kommen, man macht Dokumentarfilme, Documentaries. Das gibt es. Es gibt MOOCs, Massive Open Online Courses, die auf solchen Videos basieren, mit Musikuntermalung, toll produziert, Hochglanz. Wir alle kennen das. Solche Produktionen, die wir vielleicht von Fernsehprogrammen wie Terra X her kennen, sind toll. Ich genieße das, solche Programme zu schauen. Nur wenn man mich hinterher fragt, was habe ich eigentlich da gelernt, dann kann ich nur sagen, das war toll, war toll anzusehen. Nur behalten habe ich wahrscheinlich nicht viel und zum Lernen eignet sich das so gut wohl auch eher nicht. Ich möchte hier nicht in die Tiefe gehen. Ich habe das in anderen Vorträgen, die auch in unserem YouTube-Kanal sind, bereits ausgeführt, dass sich Dokumentarfilme im Normalfall nicht eignen. Es sei denn, man ist in dem Bereich des Fernstudiums. Die Fernuniversität Hagen zum Beispiel muss eine andere Politik durchführen in Sachen Videos, weil dort es auch ganz wichtig ist, per Video einmal die Lehrenden zu Gesicht zu bekommen. Das ist aber eine andere Form der universitären Lehre, als wir sie an unseren Präsenzuniversitäten vorhalten. Also diese beiden Formate sind für die Standardlehre eher unbedeutend. Können die also auch mit einem Stern markieren. Stern ist ja in der Linguistik immer die Markierung für etwas nicht grammatikalisches, für etwas nicht zur Theorie gehörendes. Also diese beiden Videos eher nicht. Was wir machen können, sind Lehrvideos, die im sogenannten Office-Setting erstellt werden. Also in einem Setting, wo man nun nicht über eine Studioausrüstung verfügt, sondern in einem Setting, wo man außerhalb des Hörsaals mit mehr oder weniger geringen Mitteln schnell Videos erzeugen kann. Und diese Videos müssen fachspezifischen Kriterien gehorchen. Sie können nicht pauschal sagen, die müssen immer so oder so aussehen. Ein mathematisches Lehrvideo wird eher des Typs Videoscribe, wo man auf einem Bildschirm schreibt, sein, als zum Beispiel ein geisteswissenschaftliches Video, wo jemand vor der Kamera steht, so wie ich es jetzt tue. Man kann zwei Arten unterscheiden. Einmal die Microteaching-Videos. Hier mal drei Beispiele, auch aus unserem Kanal. Definitionen, kurz erklärt. Demonstrationen, das sind diese Videoscribes. Sie sehen, da ist nur so eine Hand überhaupt im Bild. Oder auch einfache Erklärungen anhand von Beispielen. Das sind Videos, die so im Schnitt zwischen zwei und sechs Minuten, auch kürzer, aber selten länger sind und die in sehr kurzer Form Sachverhalte sauber geplant erklären. Und dann gibt es die Macro-Teaching-Videos. Das sind die E-Lectures, die Electronic Lectures, also die geplanten Lectures, die sehr gut vorbereitet sind, sehr kompakt sind, selten 20 Minuten überschreiten. Und schließlich noch hier eine Variante, die wir einsetzen, Interview-Videos, wo Personen, die im Fach eine große Rolle spielen, vorher gefragt werden. Die bekommen Fragen und werden dann in Interview-Form vor die Kamera gebeten und es wird eine Art Interview-Video erzeugt. Soweit zum Thema Video-Formate. Also diese beiden, Micro-Teaching und Macro-Teaching, sind die Formate, die in Frage kommen, die eine Rolle spielen. Die Frage ist, wie bekomme ich daran überhaupt an solche Videos? Wie kann ich das schaffen, die zu bekommen? Nun die eine Option, ich mache das selbst. Ich erzeuge Videos, so wie ich das jetzt gerade tue. Hier in meinem Büro, ich stehe gerade in meinem Büro vor der Kamera, bin von Lampen umgeben, stehe am interaktiven Whiteboard, so wie Sie das hier auf diesem Bild sehen und nehme diesen Vortrag auf. Hier sehen Sie ein typisches Büro, das ist das Büro des Kollegen Dittrich aus dem Saarland. Der hat das auch entsprechend mit Lampen ausgestattet und nimmt dort seine Videos auf. Im Office-Setting mit mittlerem Aufwand, also nicht den groß dramatischen Aufwand. Wir machen es also selbst. Eine Variante ist, die Videos auf einem Tablet zu erzeugen mit einem Mikrofon. Auch davon haben wir eine Reihe von Videos, die in unserem Kanal sind. Sie können das also überprüfen, wie solche Videos aussehen. Die werden schlicht und einfach am Schreibtisch erzeugt. Nun wird nicht jeder Videos selbst erzeugen. Nicht jeder von uns hat ja auch ein Lehrbuch geschrieben. Aber wir haben immer auch das Lehrbuch von anderen benutzt. Machen wir es doch genauso mit Videos. Nutzen wir doch die Materialien von dritter Seite. Also wir könnten sagen, wenn wir eine Vorlesung Einführung in die Informatik planen, dann nehmen wir anstatt des Lehrbuches von Gumm und Sommer, übrigens zwei Kollegen von mir hier an der Philips-Universität, die ja ein Standardlehrbuch Einführung in die Informatik geschrieben haben, dann nehmen wir dieses Lehrbuch nicht mehr so, wie wir es früher genommen haben, sondern bedienen uns der Lehrvideos des Kollegen Dittrich und flankieren das Ganze noch mit zusätzlichen Texten, Aufgaben und vielleicht Internetlinks. Wir nehmen also die Materialien von dritter Seite. Oder schauen Sie sich dieses Beispiel an in der Linguistik. Anstatt das bekannte Lehrbuch von Fromkin und Rotman, An Introduction to Language zu nehmen, was jahrzehntelang die Basis in der Linguistik war. Nehmen wir nun ein Video und hier haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Angebot mit unserem Interview-Video, wo wir den weltbekannten Linguisten David Crystal vor der Kamera hier hatten, hier ein Büro, wo ich gerade stehe und wo wir fünf Kernaussagen zur Linguistik ihm abverlangt haben, die heute sehr stark nachgefragt sind. Und auch das garnieren wir wieder mit den entsprechenden Elementen. Wir können also mit diesen Optionen heute an Lehrmaterialien rankommen, die das Internet uns hergibt und wir können es damit schaffen, unsere Lehre zu digitalisieren. Und wenn wir es schaffen, all diese Optionen um- bzw. einzusetzen, hat das erhebliche Konsequenzen, denen ich mich nun widmen möchte. Was sind das für Konsequenzen, die sich nun ergeben? Nun schauen wir uns noch mal die neue Ausgangslage an. Wir haben, das setzen wir jetzt mal voraus, digitalisierte Inhalte in Form von verschiedenen Lehrvideos. Wir haben Erschließungsszenarien, online basierte Erschließungsszenarien, die vielleicht in Kürze, so planen wir es mit unserem MOOC The Structure of English, ab Februar 2015 in den Bereich adaptive Lehr- und Lernelemente hineinstoßen. Und wir vermitteln durch kluge Videomaterialien mit Tests gekoppelt die Inhalte online. Wenn wir das alles haben, dann haben wir eine neue Ausgangslage und können nun fragen, was geschieht denn nun eigentlich mit der Präsenzlehre, die ja ein zentraler Teil unseres Angebots ist. Nun, eine Option wäre schlicht und einfach, wir sagen, die Präsenzlehre fällt aus. Dann haben wir einen Online-Kurs. Eine solche Option würde allerdings den Mehrwert, der durch die Nutzung neuer Medien entstehen kann, reduzieren. Und an einer Präsenzhochschule ist das sicherlich nur eine Notlösung. Wir haben eine solche Notlösung bei uns im Fach. Wir haben etwa 192 Lehramtsstudierende, die den Kurs History of English belegen. Und bei 30 von ihnen ist eine Stundenplan-Kollision mit ihrem Zweitfach entstanden. Würden wir nicht die Möglichkeit des reinen Online-Studiums ermöglichen, dann müssten diese Studierenden ein Jahr lang warten, bis sie den Kurs endlich belegen könnten und ihre Regelstudienzeit würde damit ad acta gelegt werden müssen. Also Online-Lehre ist durchaus eine Option, auch an Präsenzhochschulen. Allerdings ist sie nur eine Notlösung. Die Alternative ist, wir machen so weiter wie bisher. Wir bieten Präsenzphasen an, die so sind wie immer. Wir haben das 2006, als wir angefangen haben mit der Digitalisierung unserer Lehre und das wirklich dann flächendeckend in der Lehre eingesetzt haben, haben wir das gemacht. Wir haben in der Präsenzphase schlicht und einfach wiederholt. Die Studierenden haben uns in der Evaluation dieses Kurses nicht gut aussehen lassen. Und sie haben gefragt, warum sitze ich hier eigentlich, wenn nur das wiederholt wird, was ohnehin online verfügbar ist. Also haben wir ein Semester später die Inhalte nicht wiederholt, die Online-Inhalte, sondern wir haben zusätzliche Inhalte eingefügt. Wir haben weiterführende Inhalte vermittelt. Das fanden die Studierenden dann etwas zu weitgehend und sie waren auch nicht damit einverstanden. Wir mussten also uns irgendetwas überlegen, ein System, das diese beiden Optionen in irgendeiner Form verzahnt. So wie bisher ergibt das Ganze keinen Mehrwert. Kein signifikanter Mehrwert. Wir haben lediglich digitale Lehrmaterialien. Wir müssen also uns irgendetwas überlegen, was uns diesen Mehrwert beschert. Nun die Idee ist ganz einfach, wir drehen das Szenario um. Wir kehren die Phasen des Lehrens und Lernens um. Und diese umgedrehten Formate, dieses umgedrehte Format sagt nun, die Inhaltsvermittlung und Inhaltserschließung, die ist nun völlig self-guided. Jeder ist ein selbstbestimmter Lehrer, jeder nutzt sein Lerntempo, sein Lerntempo. Jeder nutzt den Ort, den er oder sie gerade bevorzugt zum Lernen. Jeder macht es so oft, wie er oder sie möchte. Jeder, wie gesagt, nach seinem Tempo und seinem Gusto. Das ist die Phase der Inhaltsvermittlung und Inhaltserschließung. Und anschließend, anschließend treffen wir uns im Unterricht in einer Präsenzphase, die hauptsächlich dem Üben und Vertiefen gewidmet ist. Dieses Szenario, dieses Szenario nennt man den Inverted Classroom. Phase 1, online basierte Inhaltsvermittlung und Inhaltserschließung. Phase 2, das Üben und Vertiefen im Präsenzunterricht, in der Präsenzphase. Dieses Modell ist nicht neu. Es geht zurück auf die Publikation Inverting the Classroom, a Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment von Maureen Lake, Glenn Platt und Michael Traglier. Die das damals im Winter 2000 versucht haben auf der Basis von Software Training, wo sie gesagt haben, dass man Spreadsheets zum Beispiel, dass man Spreadsheets ja nicht in einer Präsenzphase einführen sollte, sondern man sollte die Grundfunktionen per Video, damals noch auf DVD, den Lernenden präsentieren und anschließend im Unterricht mit diesen Szenarien dann üben. Wir selbst haben im Jahr 2006 dieses Modell, unwissend, dass es Inverted Classroom heißt, in unserem Buch The Virtual Linguistics Campus beschrieben. 2012 wussten wir es dann, in unserem Buch E-Learning, E-Teaching und E-Assessment In der Hochschullehre haben wir dann ganz explizit das Modell Inverted Classroom so genannt. Es gibt auch noch ein leicht modifiziertes Modell, das ist der Flipped Classroom. Der ist etwas später entstanden, etwa um 2007, 2008 ist er entstanden, an nordamerikanischen High Schools. Zurück geht das Ganze auf Aaron Sams und Jonathan Bergman, die auch 2012 hier bei uns in Marburg waren und auch in unserem Buch Inverted Classroom dann ihre Ideen vorgestellt haben. Flip your Classroom heißt das Modell. Es ist, hat etwas andere Rahmenbedingungen als der Inverted Classroom. Es ist zugeschnitten auf die High Schools mit ihren sehr kurzen hintereinander stattfindenden Lehr- und Lernphasen, mit ganz kurzen Videos, die auch andere, eine andere Machart zurückgehen und wie gesagt andere Rahmenbedingungen, zum Beispiel ja auch die Tatsache, dass die Lernenden nun das Erwachsenenalter noch nicht erreicht haben. Die große Frage, die entsteht, Inverted Classroom, funktioniert das überhaupt? Kann man wirklich erwarten, dass wenn Studierende in der Phase 1 selbsttätig sich Inhalte erschließen, die sehr komplex sind, die viel komplexer sind als die in der High School? Kann das funktionieren? Können wir wirklich in eine Präsenzphase eintreten, in die Phase 2, wo wir dann auf vorbereitete Studierende treffen? Nun, wir wissen, dass das nicht funktioniert. Also haben wir uns entschlossen, einen Test dazwischenzuschalten, das formative Assessment. Bei diesen Tests, die mittlerweile zum Glück nur noch zu etwa 20 Prozent Multiple-Choice-Tests im Virtual Linguistics Campus sind, überprüfen wir das Gelernte anhand von inhaltsbezogenen Fragen und Problemstellungen. Vorhin habe ich einen solchen Test gezeigt, phonetische Transkription, audiobasierte Tests. Und wir stellen dann fest, ob Studierende diesen Test bestehen. Wenn ja, dann zeigen sie uns Mastery. Und so haben wir das Modell, das Inverted Classroom Mastery-Modell genannt, das ja mittlerweile im Jahr 2013 vom hessischen Wissenschaftsministerium preisgekrönt wurde und den Exzellenzpreis in der hessischen Hochschullehre bekommen. Wir sind sehr froh darüber, als Team den bekommen zu haben, weil wir eben diese Idee auch als Team entwickelt haben. Und mit diesem Test können wir nun wirklich ermitteln, haben die Studierenden das verstanden, ja oder nein. Da eine wichtige Aussage beim Testen, beim formativen Testen ist, dass man das Durchfallen durch Tests nicht verteufeln sollte, ist eine ganz wichtige Prämisse in unserem Zusammenhang. Don't demonize failure. Und das heißt, dass wir auch im Nicht-Mastery, also im Durchfallen, im Falle des Durchfallens, durchaus ermöglichen, dass man den Test nochmal machen kann. Und zwar beliebig oft, so lange bis man ihn besteht. Man bekommt dann auch immer neues Fragenmaterial, sodass da auch ein gigantischer inhaltlich-didaktischer Mehrwert dahinter steckt. Aber wir werden immer auch Studierende haben, die dann sagen, nein, ich bestehe das nicht, ich gehe diesen Weg. Und manche kümmern sich letztlich gar nicht und kommen völlig unvorbereitet in die Präsenzphase. Nur mal zwei Daten. Der Mastery-Level, also dieser Level hier, dieser Level, der Vorbereitungslevel auf die Präsenzphase, der Mastery-Level, der liegt bei uns im Schnitt bei 70 Prozent. Das heißt, 70 Prozent aller angemeldeten Studierenden eines Kurses kommen bestens vorbereitet in die Präsenzphase. Insgesamt haben wir einen Präsenzanteil bei den ja nicht verpflichtenden Präsenzphasen in den Lehrveranstaltungen unserer Universität von circa 75 Prozent, sodass das ein sehr hoher Wert ist und man letztlich davon ausgehen kann, dass man die Studierenden, die in der Präsenzphase auch tatsächlich, die man dort vorfindet, dass die alle zu fast 100 Prozent besser vorbereitet sind. Mittlerweile haben wir auch in einer seit zwei Jahren laufenden Langzeitstudie ermittelt, dass die Inverted Classroom Mastery Studierende bessere Noten haben, dass sie zwar höhere Leistungsanforderungen subjektiv selbst empfinden, aber dass sie auch einen höheren subjektiven Lernerfolg haben. Und mittlerweile durch eine erstmalig vor drei Wochen veröffentlichte Studie wissen wir, sie haben auch im Vergleichstest deutlich bessere Noten. Mit anderen Worten, wir haben hier ein neues didaktisches Modell, das nun mit diesen digitalisierten Szenarien perfekt arbeitet und die Präsenzphase auf ein neues Niveau stellt. Das bedeutet aber auch für uns, dass wir nun eine neue Rolle als Lehrkraft einnehmen. From Sage on the Stage hat Alison King gesagt, to guide on the side im Jahr 1993 und so ist es wirklich gekommen. Wir sind nicht mehr der weise Prediger auf der Bühne. Wir stehen nicht mehr vor hunderten Studierenden permanent vorn, sondern wir sind ein Begleiter an der Seite geworden. Hier sehen Sie mich ganz klein hinter einer Gruppe von Studierenden in einem Hörsaal, der 300 Personen fasst und ich berate sie bei der Lösung von Aufgaben. Wir haben darüber hinaus auch neue Unterrichtstools, die wir benötigen. Bring your own device ist das Schlagwort heute. Bringt eure eigenen Technologien mit und so machen wir es. Unsere Studierenden bringen ihre Laptops, ihre Tablets, ihre Smartphones mit. Sie nutzen sie hier in der Lehre. Ich selbst nutze sie als Präsentationstool im Publikum, in Kleingruppenarbeit. Aber wir müssen auch feststellen, dass wir oft an die Grenzen stoßen und wiederum das Phänomen erfahren müssen, Technology Drives Didactics. Denn oft haben wir nicht genügend WLAN-Zugänge in unseren Hörsälen, um alle Studierenden mit ihren Smartphones, ihren Tablets ins Internet zu schicken. Also auch hier muss was getan werden, aber für uns eine ganz wichtige Prämisse im Rahmen dieser Modelle. Bring your own device. Ja und schließlich brauchen wir auch noch neue Unterrichtstechnologien, die wir anders einsetzen. Zum Beispiel das interaktive Whiteboard, vor dem ich hier verstehe, dass wir nun nicht mehr so verwenden, wie ich es gerade tue, als reines Präsentationsmittel, sondern wir nutzen es und auch dazu können Sie ein Video in unserem Kanal finden, in einer neuen Form zu einem Gerät der Ergebnissicherung. Die Student Response Systems, hatte ich ja schon erwähnt, benutzen wir ganz massiv, um den Studierenden zu Beginn einer Lehrveranstaltung Fragen zum Inhalt zu stellen und daraufhin den Übungsprozess nochmal sehr genau einzugrenzen oder zu erweitern. Je nach Antwort finden wir sofort heraus, ob die Studierenden die von uns sehr schwierigen Fragen, die wir mit diesen Student Response Systems stellen, auch beantworten können. Ja, aber wir brauchen auch noch weitere Technologien. Wir brauchen Technologien, die die Fernkontrolle, die Fernsteuerung, die Remote Control zwischen Tablet und Präsentationslaptop erlauben, die es erlauben, vom Publikum aus auf den Inhalt zuzugreifen, der an einem anderen Computer ist, um nicht im Inverted Classroom ständig aus dem Publikum wieder auf die Bühne eilen zu müssen. TeamViewer und Splashtop sind hier zwei Softwareprodukte, die ansatzweise hier schon Lösungen schaffen, aber es muss noch bessere Lösungen geben. Mit all diesen Verfahren schaffen wir es, eine völlig neue Präsenzlehre, die von Begriffen wie Lehreffizienz und Befreiung gekennzeichnet ist, zu schaffen. Wir haben es geschafft, eine hohe Interaktion mit den Studierenden hinzubekommen. Hier sehen Sie mich selbst und eine meiner Tutorinnen mitten im Publikum. Und da sehen Sie, welches hohe Maß an Interaktion, individuell Hilfe bis hin zu Forschenden und Entdeckenden lernen wir durch diese neuen Szenarien garantieren können. Eines, das darf ich auch sagen, durch dieses Modell haben wir die höchste Lehrbefriedigung erfahren, die wir seit Jahren überhaupt erzielen konnten. Aber, und auch das muss ich hinzufügen, wir sind nach 90 Minuten Lehre immer fix und fertig und extrem erschöpft, weil wir eben uns um so viele Studierenden persönlich kümmern. Bei 150 Studierenden im Hörsaal kann ich sagen, habe ich nach 90 Minuten mit etwa 50 bis 70 persönlich gesprochen. Das gab es vorher nie. Also wir haben tatsächlich eine neue Präsenzphase nun entwickelt und entwickeln die natürlich ständig weiter. Mit all diesen Verfahren und Optionen kann nun der Patient Hochschullehre, so wie ich ihn in meinem Buch genannt habe, kann dieser Patient zu neuem Leben erwachen und eine gute Besserung kann gelingen. Das waren mal Titelvorschläge für dieses Buch, das hier jetzt heißt Patient Hochschullehre. Wir können nun tatsächlich zahlreiche Probleme der Lehre lösen, beziehungsweise die Lehre auf ein neues, dem 21. Jahrhundert angepasstes Niveau bringen. Hier nochmal die vorhin aufgeführten Probleme, Qualitätssicherung, Transparenz und so weiter. Die Qualitätssicherung und die Transparenz, naja, das ist zumindest besser geworden, wenn eben die Lehrmaterialien jetzt zum Beispiel auf YouTube als Video zur Verfügung stehen, dann ist das eine höhere Transparenz als vorher. Aber viele von uns, die nutzen ja die Videomaterialien von anderen und wir wissen nicht, in welcher Form sie das nutzen. Also es ist eine vollständige Transparenz natürlich nur bei denjenigen gegeben, die ihre eigenen Videomaterialien erzeugen. Die Quantitätssicherung, Redundanz, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit sind nun kein Thema mehr. Durch die Nutzung von Online-Lehr- und Lernmaterialien gibt es keinen Unterrichtsausfall mehr. Es gibt keine Feiertage, keine Krankheiten. Die Online-Phase findet immer statt. Die inhaltliche Quantitätssicherung ist somit vollständig gegeben. Auch die Skalierbarkeit, das heißt die Teilnehmerzahl ist ja nun unerheblich geworden, was man letztlich auch an den Massive Open Online-Kurses sieht. Sobald man vernünftige Online-Materialien haben, kann man mit Leichtigkeit diese für einen MOOC dann bereitstellen und den Kurs entsprechend umdirigieren. Ja, die Zielgruppen Adaptivität, ich habe es mal hier violett gemacht, an diesen Phänomenen arbeiten wir gerade und ich kenne auch andere Projekte, die dort arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun die Lehr- und Lernmaterialien und auch die Lehr- und Lernwege durch die Kurse und ihre Materialien auf der Basis des Leistungsstandes immer wieder anpassen zu können. Ein neues Thema, ein Thema, dem wir uns hier mit großem Hochdruck widmen und dass Sie, liebe Nutzer dieses Kanals, in Kürze in unserem MOOC Morphology and Syntax ab Frühjahr 2015 auch genießen können. Zwei Dinge werden uns nach wie vor verfolgen. Lehre und Forschung und der Hochschullehrer. Nun das sind Dinge, die noch viele Jahre oder viele, das sind Probleme, die uns noch lange Zeit beschäftigen werden. Es sind Langzeitprojekte, aber ich kann Ihnen sagen, ich werde nicht locker lassen, hier immer wieder auf Verbesserung zu drängen. Aber ich bin auch bereit, den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, die in die Digitalisierung eindringen wollen und die einsehen, ich glaube, Sie müssen es einsehen, dass Sie nach den Prinzipien des 20. Jahrhunderts nun wirklich nicht mehr Ihre Lehre durchführen können. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich empfehle Ihnen unsere Publikationen, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind und freue mich auf Rückfragen über E-Mail, über andere Kanäle, Facebook, Google+. Herzlichen Dank. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit neuen Ideen zur Digitalisierung der Hochschullehre, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Vielen Dank.